So wie es in der Malerei mehrere Techniken gibt, ist es auch im Bereich der Grafik. Einiger Teile dieser stilistischen Mittel bedienten sich die teilnehmenden Künstler am Grafiksymposium Zebra 7. Noch sind nicht alle Arbeiten zum Thema Industriekultur gefertigt, aber ein Teil der Werke gab es in der Galerie am Domhof schon mal zu bestaunen. Der Kunstverein Zwickau richtete vom 8. bis 17. Februar in den Werkstätten in der Galerie am Domhof das internationale Grafiksymposium Zebra 7 aus. Das Symposium abgehaltenen Kooperation des Kunstvereins Zwickau mit der Stadt Zwickau befasste sich kurz vor Eröffnung der Zentralausstellung der sächsischen Landesausstellung BUM 500 Jahre Industriekultur in Sachsen genau mit diesem Thema. Am Sonntag gab es ab 15 Uhr einen öffentlichen Rundgang. Noch bis kurz vorher wurde fleißig gewerkelt. Die einen fertigten noch die letzten Drucke, zeigten sich mit den erzielten Ergebnissen aus Kaltnadeltechnik, Collagen mit Metallteilen, Linol oder Holzschnitten recht zufrieden. Andere hatten ihre Werke zur Präsentation bereits ausgelegt. Regina Franke nannte sie letzte Ausfahrt und Revitalisierung. Tobias Gelscheid hatte sich ganz dem Thema Trabant gewidmet. Einmal als Holzschnitt mit bekannter Silhouette in Hochgeschwindigkeit. Ein anderes Werk, an dem der Hallenser noch am Sonntag arbeitete, zeigt den Trabant als Satelliten in elliptischer Umlaufbahn. Claudio Banwart hatte seine Audi-Idee vollendet. Das Zusammenwirken und aufeinander angewiesen sein von Umwelt, Mensch, Natur und Technik brachte Solomon wie ja aufs Papier. Interessant auch die Collagen von Anja Cepetz. Die Russin arbeitete dabei mit unterschiedlichen Metallstreifen und Stücken. Bärbel Vogt hatte sich mit geraden Linien in der Industrie beschäftigt. Sarah Deibele mit großen Maschinen im Tagebau, Bergbau und in Häfen. Wie fast jeden Tag während der Schaffensphase waren auch zu dieser kleinen Vernissage gut 30 Interessierte gekommen. Sie nutzten die Gelegenheit mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen. Wieder in ihren Ateliers zurück sollen etwa von jedem Künstler insgesamt acht Werke entstehen. Gezeigt werden sollen sie in einer Ausstellung im kommenden Jahr.